Verstehen Sie Spaß? So wird Florian Silbereisen reingelegt. Dies ist die Weihnachtsausgabe von Weißt du, was Spaß macht? Gramt von Florian Silbereisen. Mithilfe des Lockvogels Thomas Anders erhält er einen ungewöhnlichen Tag, an dem er ein Musikvideo dreht. Florian Silbereisen, 42, wird am 16. Dezember, 1., 20.15 Uhr, in der Weihnachtsausgabe von Die Juno was fun, mit Moderatoren Barbara Schöneberger, 49, zu sehen sein. Der prominente Gast wurde vom Showteam mit versteckten Kameras auf Eis gelegt. Unterstützt wurden die Showmacher von Lockvogel Thomas Anders, 60. seltsame Blicke und dreiste Journalisten am 12. Januar 2024 veröffentlichen die beiden Duettpartner ihr neues Album again. Alles glitzert. Alles glitzert. Soll erscheinen und ich habe ihn zum Videodreh zum neuen Song begleitet. Natürlich gab es für Silbereisen einige Überraschungen. In wunderbar bizarren Kostümen und unglaublich hohen Plateauschuhen werden die beiden Musiker die Videokunst auf ein neues fesselndes Niveau heben, heißt es in der Ankündigung des SWR. Das gibt es. Zudem macht ein unangenehmer Lokaljournalist Florian Silbereisen zu schaffen. Der erste Clip des Streichs zeigt Silbereisen lächelnd in einem lustigen Outfit, doch das im Video verwendete möglicherweise gefährliche Feuerwerk macht ihn nervös. Auch Schlagerstar und Kollege Thomas Anders wird in der Show am kommenden Samstag für musikalische Unterhaltung sorgen. Zu den weiteren Gästen gehören TV Löwin-Duo des Williams, 52, die eine lustige Tennisstunde mit Alexander Zverevs, 26, jüngerem Bruder Mischa Zverev, 36, hat, und Schauspielerin-Duo des Williams, die sich einer kniffligen Kugelfisch-Herausforderung stellt. Mit dabei ist auch Jutta Speidel, 69. Währenddessen wird die 33-jährige Popsängerin Melissa Neschenwin im Bestattungsmuseum des Wiener Zentralfriedhofs zum Lokvogel und sorgt als Untute für einen schrecklichen Moment. Die Ehrlich-Brüder verkleiden sich als spitzaurige Elfen und vergnügen sich auf dem Weihnachtsmarkt. Und was ist mit Barbara Schönebege? Sie selbst wird zum Lokvogel und lädt in der Rolle der Sommelier Paula Bosch zu einer besonderen Weinprobe ein.